und da bin ich wieder und damit geht es auch wieder heiter weiter und ich habe mir überlegt ich kann mich ja heute während die strecke gebaut wird hier habe ich das ja angefangen abzureißen mal um andere dinge kümmern das war nicht so pralle krampfe frisospinne das wars so nein welcher sitze ich denn drinnen speedy na klar es ist hier eigentlich bis hierhin dahin dorthin denn mir ist so aufgefallen dass hier eindeutig zu wenig kupfer hinkommt weil hier auch nur ein zug fährt das heißt ich werde da noch einen zug draufhauen dass hier die kupferteile auch wirklich durch produzieren können was ja jetzt hier nicht überall der fall ist wie viele drohnen fliegen denn hier schon 21.000 zur verfügung 13 noch frei also das will ich auf jeden fall noch beschleunigen das hier wird ja von alleine gebaut da brauche ich mich ja nicht weiter damit beschäftigen sage ich jetzt mal ich will ja auch dass nach und nach hier mal diese großbaustellen zu ende gebaut sind ich muss halt eigentlich noch einmal das erweitern halte ich das gefühl genau hier hatte ich das versetzt gebaut deswegen musste das hier nochmal ran so und hier ist ja genug kupfer da dafür dass ich das holen kann deswegen laufe ich hier zurück und kümmere mich mal um die mit game bs der rest wird ja hier gebaut ist ja kein problem jo ansonsten komme jetzt wieder mal der ein oder andere feiertag das bedeutet auch ich habe auch da mal abends zeit hier zu streamen auf jeden fall freut es mich soweit dass eigentlich die folgen soweit gut bei euch ankommen ich kriege zwar keine kommentare aber klick zahlen und daumen hoch ist auch immer dabei also von daher danke danke dafür ja ich muss gucken dass ich hier diese diese großbaustellen nach und nach verringert bekomme oh gucke da war schon mal ein angriff hier muss halt da wirklich dann hier sieht man ist so ein artillerie geschütz hier muss ich sie dann hin bauen und dann wird es erst richtig krass wenn hier die mauer fertig ist muss ich noch die und die abreißen die wird ja schon abgerissen hier so kann ich eigentlich hier weiter abreißen bis hier hin mal so damit hier mehr mauern zur verfügung stehen damit die mauer dort schneller gebaut werden kann es ist fiesch was hier ankommt so ähm zack das heißt einmal da einmal da und acht davon so so lala das bedeutet hier Kupferschmelze WG aus Kupferschmelze WG aus Kupferschmelze WG aus wenn voll und dann sollst du zu grüner Schüppkreis grüner Schüppkreis das ein wenn leer zack das heißt der fährt hier lang sortiert sich dann hier ein fährt dann wieder zurück das ist genau das was er machen soll ok die Kupferplatten da sind ausgelastet ähm falsch so jetzt können die hier hier wieder vertan das ist eine blöde Lücke jetzt eigentlich dort muss ich sagen gefällt mir so eigentlich nicht das heißt ich reiß das hier nochmal ab setze dies hier ran ja wieso möchte ich das so so soll das jetzt mal bleiben haben wir hier schon wieder Nachschub gekriegt ne natürlich nicht warum auch so so das ist immer wieder schön wie die auseinander fallen so 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 das müsste jetzt meiner sein ne genau so 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 Sehr schön. Damit geht das jetzt hier ein bisschen schneller, weil einfach mehr angeliefert wird. So. Da sind auch drei Gleise. Also werde ich hier noch einen zweiten Zug, noch einen dritten draufsetzen. So. Das sieht einwandfrei so aus, würde ich sagen. So, das heißt, Kupferschmelzer. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie das hieß. Kupferschmelze WG aus. WG aus, genau. Dann Kupferschmelze aus. Doch, Kupferschmelze aus. Hier. Voll. Ein, wenn, leer. Zack. So. Oh, 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 oh. Das, das, das gefällt mir gar nicht. Da muss ich echt sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist meine verwundbarste Stelle da. Das ist meine verwundbarste Stelle. So. 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 Ah, wenn sie dort natürlich das jetzt langsam gesehen haben, dass das meine Schwester still ist, muss ich die Mauer eigentlich mal hier vorversetzen, irgendwie. Fällt mir eigentlich überhaupt nicht, aber was soll ich machen? Oh, hier sind alle schon voll, verrückt. Echt verrückt? Da ist richtig Puffer da. Können hier richtig ankommen eigentlich die Züge? Warte, können wir hier gucken, wo die Züge sind? System 3. Was ist denn hier los? Hier staunen die sich. Ah, das ist natürlich... Jetzt halt die Sachen, warum fahren die nicht hier unten lang, ne? Irgendeine Nadel oder was immer. Nimm das dort mal weg. Wieso? Bau 500 ausgelastet. Na super. Ja, der kommt doch schon irgendwann mal hin. Also hier fährt der einen Zug hin, oder? Ja. Das sind halt drei Züge. Das wird noch so bau, ey. Von hier. Ich könnte hier auf jeden Fall eigentlich noch mal Züge hier drauf schicken. Staut sich dann zwar hier dann im Zweifel noch mehr. Wie sie es hier staut. Ist doch krank. Was mach ich denn, um das zu beheben? Alter. 21 Drohnen. Was mach ich? Was mach ich? Laufen die voll? Ja, die sind voll gelaufen. Sehr schön. Sehr schön. Das seht's. Der knallt hier noch die Kupferteile voll. Dann geht das soweit klar. Da fährt auch nur ein Eisenzug. Guck mal, ob wir hier noch einen zweiten hinsetzen direkt. Dass immer einer hier dahinter steht. Das macht Sinn, weil hier ist es jetzt scheinbar die Eisenplatten, die nicht gekommen. Das heißt, der nächste Zug ist dran am Bauen. Das heißt, der nächste Zug ist dran am Bauen. Ja. Genau. Dann sind wir zwei Stunden.